So, guten Morgen, Kinders, RDLP hier und weiter geht's mit Far Cry 5. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war, wie immer halt. Äh, ja, so kann's hier auf jeden Fall nicht weitergehen mit den Waffen. Das steht fest, also, äh, ja, ich bin schlecht ausgestattet, das muss ich echt sagen. Äh, brauche ich unbedingt ne Pistol? Eigentlich schon. Ja, das ist halt die Frage, ne? Äh, das ist echt scheiße. Ja, das ist viel zu teuer. Ja, weil ich brauche unbedingt einen Granatwerfer, äh, einen Raketenwerfer, weil in der letzten Folge haben wir gesehen, wie schlecht das gelaufen ist einfach. Ah, es gibt Visiere dafür. Ja, ich muss es halt, ich brauche halt ein Visier. Ich treffe da sonst nix mit. Ah, ah, scheiß drauf. Nicht drüber nachdenken, Leute. Äh, ja, genau. So, jetzt habe ich natürlich meine MP5 nicht mehr. Ha. Ja, und eine SMG finde ich halt scheiße eigentlich. Also, es nützt halt nix. Ich brauche ja was, womit ich aus dem Auto schießen kann. Brauche ich den Granatwerfer nicht mehr, weil der ist eh für den Arsch. Ah, wir probieren es mal erst mal so. Ah, die Shotgun-Munition hätte ich aber nochmal auffüllen können. Peaches. Wieso ist Peaches bei mir drin? Jazz und Peaches. Das passt sogar für meinen Stil mittlerweile. Finde ich gut. Äh, gut. Da muss ich mal gucken, was wir jetzt für eine Mission... Missionchen machen. Da ist ein Prepper versteckt. Kann man da hinreisen? Ja, kann man. Ja, das nehmen wir noch mit, Leute, weil ich habe echt zu wenig Geld gerade. Und mir steht das gerade auch nach dem Rätsel. Oh, da ist wieder Faith. Ah, ich komme gerne zu euch. Wirklich, ohne Witz. Also, zu dir komme ich, nicht zu den anderen. Also, wer sieht die Sektenführerin, ne? Und nicht Joseph Seed. Alter, ich wäre schon längst in der Sekte. So. Äh. Da ist noch so ein Keks, aber den ignorieren wir jetzt mal. Hä, wieso wimmelt denn das hier schon wieder von den Leuten hier? Was geht denn ab? Na, toll. Na, komm doch her jetzt. Schwanz. Piste, yeah. Hat der Muni? Natürlich hat er nicht Muni. Achso, Peaches hat den schon erledigt. Auf, da ist noch einer. Ja, egal. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss das Prepper versteckt finden. Ah, lesen. So. Ich habe euch gewarnt. Die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Aufrüstung in mein... In mein bestes Auto. Und dann verpisse ich mich. Ja, Mann. Fangt gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Äh, nee, Mann. Ich hätte das Gleiche gemacht, Mann. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten nachgelassen, mit denen ihr gegen die Sepfe kämpfen könnt. Alter, Ehrenmann. Den... Mein Zweitbestwagen. Boah, Ehrenmann. Er ist irgendwo in der Garage. Na, toll. Ja, habe ich jetzt... Nein, ich habe keine Markierung. Na, klasse. Äh. Hallo, Chess, du bist wieder im Weg. Chess, mit deinem fetten Arsch bist du gerade echt im... Ich boxt dich jetzt. Geh aus dem Weg, ich muss den killen. Vielleicht hätte ich die Helikopter-Tussi anrufen sollen. Boah, wieso sind denn hier so viele? Ja, kletter doch hoch. Ist ja down. So. Hier ist noch ein Muni, die brauche ich. Aber hier war ich doch schon mal. Hier habe ich doch alles geklärt eigentlich. Na, egal. Sniper-Gewehr brauche ich nicht. Ihr wisst ja, ich spiele nicht so gerne mit Sniper. Auch wenn Sniper eigentlich ziemlich gut ist. Also, man braucht eigentlich einen Sniper-Team. So. Egal. Wie auch immer. Verschlossen. Na, toll. Das wird ätzeln. Das kann ich euch versprechen. Ich muss ja irgendwie in die Garage kommen. Ha. 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 Stopp da. Scheiße. Wo ist diese Karte? Äh. Ja, das habe ich schon gelesen. Ich muss in die Garage. Das ist mir klar. Das ist mir schon Klärchen. Geht auch nicht. Oh, shit. Das Rätsel ist diesmal aber... ...bisschen schwieriger. Vielleicht im Müll. Nee. Verdammte Kacke. Wo kann diese Schlüsselkarte sein? So. Den plündern wir noch. Das brauchen die ja nicht mehr. Genau, Jess. Ja, da komme ich auch nicht rein. Kann auch nicht sein. Hä? Ja, ganz toll. Ganz toll. Na, hier ist auch nur Dreck drin. Den kann Peaches fressen. Äh. Ja, hier. Die Waldhütte. Hallo. Nein, nicht auf die Waldhütte. In die Waldhütte. Kann ich da nicht rein, oder was? Ich kann nicht in die Waldhütte. Das geht nicht. Kann man das kaputt ballern? Ja. Allerdings. So. Ja, scheiße. Wie komme ich da jetzt rein? Ich muss in diese Garage rein. Ja, wo ist denn diese Karte, Mann? Wo soll denn die groß sein? Oh, jetzt kann ich erstmal noch so eine Karte suchen. Toll. Ja, die jucken mich gerade nicht. Oh, lass mich doch jetzt. Ich suche gerade eine Karte. Ja, die muss hier irgendwo sein. Hä? Ich lese das nochmal. Ja, ich muss da irgendwie reinkommen. Aber hier ist verschlossen. Karte benötigt. Ja, wunderbar. Hier ist auch nix. Ja, Wahnsinn. Wo sollen die sein, die alte Karte? Ja, hier blinkt auch nix. Vielleicht in einem der Kartons. Naja. Interagieren. Oh, nein. Ich dachte, die ist im Müll. Verdammt. Ja. Ja, was weiß ich jetzt. Ich brauche dieses Pepperversteck. Alter. Keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung. Es bringt alles nix. An der Decke. Ja, irgendwie müssen wir es ja kaputt kriegen. Jazz. Du hast auch keine Idee. Ich gucke mal aufs Dach. Da habe ich noch nicht... Jazz. Jazz. Geh aus dem Weg. Ja, Digga. Wo ist denn das? Ja, ich bin fast down. Scheiße. Ach, Mann. Ich bin so dämlich, ey. Ich finde schon wieder nix hier. Ich bin schon in der Garage. Der bin ich nicht. Das hat mir überhaupt nix gebracht hier. Außer das jetzt. So, ich hoffe, das ist jetzt offen. In der Scheißdecke ist das offen. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Wow. Ist ja der helle Wahnsinn. Das hat mir nichts gebracht. Ah, ich gehe mal hier lang. hoch da jetzt. Eine ewig Zeit hier. Kann man nicht mal hoch, ey. Da, scheiße hier. Ich weiß überhaupt nicht, woher ich muss. Oh, was ist denn das für viel? Verpiss dich. Geht's eigentlich noch? Nehm. Oregano. Klasse. Ja, toll. Ja, zwei Vorteilspunkte ist mir doch jetzt scheißegal. Boah, diese Schlüsselkarte. Hier ist nix. Ja, schieß es ab. Okay. Was haben wir das jetzt bringen, ey? Das gibt's doch nicht. Das bringt halt gar nix, diese Decke da abzuwurschteln. Ja, komm jetzt. Ich hänge hier. Ich hänge. Ja, so wird das nix, ne? Ja, verschwend doch jetzt Munition. Mach es doch. Ah. So, das ist jetzt der olle Wagen. Aber ich muss doch hier rein, oder nicht? Ah. Ah. Warte, wo ist denn das Prepper versteckt? Das geht gut los, die Folge. Macht richtig Spaß. Ja, folgen. Es gibt mir einfach keine Markierung. Ja, ich bin schon richtig. Ich fasse es nicht. Ja, wo soll der Käse jetzt sein? Hübsche Katze. Finde den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Was für ein Schlüssel ist, ey? Oh, Mann. Das hätte ich mal schön sein lassen sollen mit dem Prepper-Versteck. Ja, was weiß ich, wo der ist. Ist hier ein Schlüssel drin? Scheißdreck. Hier ist kack Musik drin. Hä, wo ist denn der? Ey, was soll ich denn wissen? Es geht ja wieder toll los. Toll geht das los. Warte, hier war das, ne? Nochmal unten durch. Ja, ja, unterwegs, unterwegs. Hier blinkt auch nichts. Ja, ist der Schlüssel im Klo? Willst du mir das sagen? Hier ist nichts. Hier ist kein Schlüssel. Ich habe alles abgesucht. Ich war sogar schon auf dem Dach. Da ist ein Tier. Komm ich nicht hoch. Komm ich auch nicht hoch. Komm ich auch nicht hoch. Ja, was weiß ich, wo der Schlüssel ist, ey? Habe ich das Ding hier gebaut? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, der ist scheiße. Wo ist denn der? Das war wieder zum Kotzen. Wo ist denn der Schlüssel? Oh, Leute. Ja, ich will das jetzt auch nicht abbrechen, weil ich habe hier schon so viel Arbeit reingesteckt. Was wollen die denn jetzt von mir? Was wollen die denn jetzt von mir? Ich kann hier nicht hoch. Ja, was weiß ich. Es wird mir so langsam zu dämlich. Ja, ja, Stellungswechsel. Finde den Schlüssel. 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 Ah. 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 Keine Ahnung. Wo soll denn der sein? Ich habe jetzt alles durchgeguckt. Hier ist kein Schlüssel. Ja, ich muss hier hin. Das ist mir schon klar. Office. Aus dem Weg darfst du noch eine Tür. Oh, Mann. Ja, ich habe alles abgesucht. Ich schwöre, ich habe alles abgesucht. Und keinen Schlüssel zu finden. Wirklich. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Mama, wo ist der Schlüssel? Das bringt doch alles nichts. Also komme ich aufs Dach. Ja, wir sind hier auch schon eine ganze Weile, ne? Freunde. Eine ganze Weile hier. Da oben vielleicht. Ja, ist auch kein Schlüssel. Sowieso komme ich da gar nicht hin. Ja, warte. Da ist er doch. Alter. Jetzt habe ich hier drei Stunden nach dem blöden Schlüssel gesucht. Ich bin so blind, ey. Ich bin so ein Blindfisch. Das ist unfassbar. So, jetzt haben wir es aber. Ja, verpiss dich da jetzt, Peaches, oder? Ich knall dich auch ab. Das Rätsel ist ja... Doch, das Rätsel ist gelöst. Gott sei Dank. Oh. Ja, kann ich jetzt das Geld aufsammeln? Manni, 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 Manni. Ja, das war es jetzt. Mir ist hier nichts zu holen. Für die Kinkerlitzchen habe ich das jetzt gemacht. Ja, Freunde, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war ja gar nichts an Geld. Warte, den muss ich sowieso noch killen. Ja, hier. Oh, ist das unpräzise. Geht doch. Ja, ich muss die killen, weil... Du wisst ja, ich habe hier noch so eine Nebenmission. So. Äh, dann machen wir jetzt endlich mal eine Mission. Hier ist ein Versorgungsboot. Das juckt mich jetzt nicht. Weil ich muss hier auch mal vorwärts kommen. Mit dem Krempel. Ja, wo sind denn die Missionen? Oh, wollen wir jetzt alle verarschen? Hier. Da ist auch noch eine. Der ist mir zu weit weg jetzt. So. Da geht's scheiße los hier, ne? Ich folge Faith doch längst. Auf Twitter. Ich folge Faith. Auf Twitter. Ja. 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 Aber geht das nur mir so, oder sieht sie in diesem Bild besser aus als sonst? Also hier ist sie halt geschminkt, ne? Mit mir redet sie immer nur ungeschminkt. Na, sie ist trotzdem die Tollste. Ist ja eh klar. So. Ja, los jetzt. Was nix denn jetzt drei Stunden? Ja, Wahnsinn. Ja, was geht denn jetzt ab? Ja, geht doch. Meine Herren, ey. Harmonie habe ich ordentlich. Ja, was heißt ordentlich? Das ist alles nicht das Kälbe vorm Spiegelei, aber... Muss ja. Wisst ihr noch, als ich hier mal Krieg angefangen habe gegen die eigenen Leute? Ach, war das witzig. Hier, ich mache die Mission von dem Keks. Ich werde sie von ihrem Sockel stoßen, aber danke für die Info. Wird uns sicher helfen. Leg auf, du redest jetzt mit mir. Hey, entschuldige das von vorhin. Ach, die Tusse. Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Ja, dann sei weniger schwierig. Also. Neustart. Willkommen. Ja. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein. Wegen dem, was da draußen los ist. Ich hätte lieber ein paar coole Leute, aber okay. Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Edenskate besiegen kann. Wenn du mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment. Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Natürlich hast du. Ist ja nichts zu übernehmen. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Achso, die. Ja, okay. Sie hat dieses schätzliche Ding von ihren Brookies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue? Furchtbar. Wir müssen diese Statue abreißen. Damit die Penis wissen, dass mein Vater kein verdammter Gott ist. Er ist nur ein Mensch. Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Kriege ich dafür irgendwie Munition von dir oder so? Nee, natürlich nicht. Bevor ich jetzt wieder Munition an diese Kekse verschwende, gehe ich besser weg hier. So. Ah, wo ist denn das? Krieg gegen die Drogen? Ja, ja, das habe ich ja schon. So. Vielleicht ist Peach gerade nicht der Beste dafür. Die Beste. Egal. Jazz, bist du da... Nein, Jazz. Jazz, ich fliege ohne dich. Kannst gucken, wie du da hinkommst. Kannst hier auf dem Elch da hinreiten. Mir doch egal. So. Wo muss ich denn hin überhaupt? Da hinten. Ah, okay. So eine nicht übersehbare Statue. Ja, hätte ich mir denken können. Das macht doch keinen Sinn mit Peaches hier. Das ist doch lächerlich. Ah, Jazz kann bleiben. Komm. Einmal noch mit Jazz kuscheln. Passt schon. Ja, jetzt reißen wir nämlich die Statue ab und bauen da eine Statue von mir hin. Ja, Mann. So sieht es aus. Oder von Faith. Oder von Faith und mir. Wie wir so uns umarmen und dann noch ein Herzchen darüber. Aber das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Das wird Faith gefallen. Das wird mir gefallen. Das wird euch gefallen. Schreien. Ach, nee, brauche ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre so ein Drogen-U-Boot. Das hätte ich natürlich jetzt vernichtet, aber... Ja, Geiseln muss ich nicht befragen. Oh, scheiße. Du bist voll verbockt. Egal. Ja, du ziehst um. Zieh mal um. Shotgun raus. Was machst du denn? Ich kann ja wieder nicht. Hoch, ey. Da waren Tierchen. Die will ich schlachten. Wer ist das? Wollte ich jetzt sterben? Nein, musst du nicht. Ja, ich kriege ja keine Munition von dir. Ja, witzig. Du bist mir witzig. Ich habe nichts. Ich werde super. Chess, du bist doch entlassen. So. Nein. Egal. Ja, scheiße. Grace, dich hätte ich ja jetzt gern behalten. Kommt der jetzt, dieser Keks? Boah, ich will nochmal den Bliss. Ich kann die Kisten nicht kaputt treten. Das ist doch scheiße. Es sind wahrscheinlich keine Gegner. Nee. Mitten in der Nacht. Ja, toll. Die machen eine Pilgerreise. Ich wusste es. Wer sieht mich denn da? Auf welcher Taste habe ich ihn jetzt? Oh, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Greif die Kack-Statue einfach an. Sie liebten Tag und Nacht in der Wärme unserer Gemeinschaft. Sie brauchten keinen Schutz. Katsch mit der Lieferung! Na, sehr schön. Klasse! Daneben! Und an einem Windschluss gelegen haben! So, Zeit... In den Kopf! Machst du einfach weiter! Ey, lass mir der mal was anderes einfallen, wie ich diese tausend Gegner killen kann. Ah, scheiße, hier ist Bliss. Ist die Statue schon down? Ich sehe sie nicht mehr. Achso, da... Halte alles im Blick. Sind eine Menge Scharfschützen da drauf. Ja, ja. Die juckt das gar nicht, das... Verschütz den Vater! So, der war down. Nochmal. Er hat keine Bomben mehr. Scheiße. So, der wird down. Das waren wir ganz gechillt. Klasse! Hier sind ja noch nicht genug, Leute. Ah, shit. Die beleben den wieder, wahrscheinlich. Granate? Wo denn? Ja, Grace, du bist so scheiße, ne? Ey, Grace hatte ich schon. Jazz. Fuck off. Vielleicht kommt ja auch noch Verstärkung und alles. Ich schleiche einfach mal ein bisschen hier. Fuck. Hier ist auch wieder überall Bliss. Hä, greift das Flugzeug eh nicht mehr an. Da kann ich auch Grace wieder dazu holen. Dann kann sie wenigstens die Sniper abknallen. Shit. Ja, ich muss da irgendwie hochkommen. Oh, fuck. Oh, Leute. Hier sind tausend Gegner. Grace, knall sie ab. Jetzt hätte ich doch gerne ein Sniper-Gewehrchen. So, ganz ruhig. Ganz ruhig, sagte ich. Schön dann. So, zack. Ganz entspannt. Ja, wieso kannst du den nicht abschießen? Mach doch einfach. Du hinterfragst meine Befehle nicht. So sieht das mal aus. Nein. Ganz falsch, ganz falsch. Oder warte. Kurze Sniper-Gewehrchen raus. Falls ich den sehe. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Dann scheiß drauf. Nehme ich doch wieder mal eine Shotgun. Achso, alles voll. Okay. Plündern voll. So, nachladen. Scheiße, wieso. Wo soll ich denn noch in Brezeln? Das hat gar nichts gebracht. Oh Mann, ich weiß überhaupt. Der ist down. Ah, du sollst du nicht auf Chess zielen. Fuck off. Da kommt Verstärkung. Da kommt richtig viel Verstärkung. Oh fuck. Das ist ja klasse gelaufen hier. Der will doch immer mehr Verstärkung kommen, bis es die scheiß Statue nicht zerstört hat. Trefft den nicht. Oh fuck. Achso, hier muss ich hin. Nein, doch nicht mit einem Molotow-Cocktail. Granate. Hat der jetzt Fleisch geworfen? Ich werde immer bescheuerter hier. Das war richtig. Ja, Digga. Toll. Jetzt verschwende ich auch noch Muni. Ich habe ja genug, ne? So, das wäre es. Ja, mach ich. Willst du mir noch mehr Aufgaben geben? Ich bin gerade echt ein bisschen beschäftigt hier. Mit Plündern. So. Äh, ja. Das ist doch gut gelaufen, Freunde. Wie komme ich denn da rein? Achso, ich hätte hier einfach Hulatsch können. Sie kräftig dran. So kannst du sie nach unten holen. Wir sind ein paar Gegner. Das hast du mir natürlich nicht gesagt. Ich glaube, der Scheiße verpisst dich jetzt, du Schwanzgesicht. Oh. Natürlich hat er mich gesehen. So, jetzt werde ich auch noch heißer. Ganz toll. So, dann. Hä? Sie meint hier, welche Leiter noch? Die hier? Ja, genug geplündert. Jetzt wird nach oben gemarschiert. Hä? Hä? So. Ja, der ist down. Der auch. Der auch. Ich mache jetzt kurz einen Prozess mit den Leuten hier. So. Jetzt hier hoch. Hä? Wo ist denn die Leiter hin? Ich finde sie nicht. Wo ist die Leiter? Hier ist keine Leiter. Habe ich die Leiter gerade kaputt gemacht, oder was? Ja, die kommt doch gleich wieder hoch. Ich bin hier hoch. Bin ich überhaupt richtig hier? Ja, toll. Wie soll ich denn da hochkommen? Ist halt mir Spaß, Vögel. Ja, ja. Ich muss erst mal zu dir hochkommen. So, hier. Ja, witzig. Passiert nichts. Ich habe doch interagiert. Hallo. Ja, tolle Wurst. Ah, jetzt kommt die Leiter. Bleib stehen. Tschüss. Wer verblutet? Oh, Grace, ey. Werd hier nicht so jazzed. Ja? Verreckt mich die ganze Zeit ohne Grund. So. Hoch da. Äh. So, der ist die Treppe runtergefallen. Finde ich gut. So. Was muss ich hier hoch? Und ich weiß, was du jetzt tust. Ich bin nicht wütend. Ich bin nicht enttäuscht. Ja, sei du mal enttäuscht von mir. Ist mir doch wurscht. Er ist nicht wütend. Ich habe ja nur seine dumme Statue abgeschossen. Ich bin nicht wütend. Bleib stehen, du scheiße Elie. Boah, das Visier war die beste Investition meines Lebens. Von wem werde ich denn abgeknallt? Also von ihm hier. Ach. Oh, Leute. Keine Gegner hier? Okay. Oh. Ja, wo soll ich jetzt hin? Muss nach oben. Okay. Junge, ich habe Höhenangst. Mir wird ganz schwindelig. Oh, Mann. Das ist ein Save. Erstmal knacken. Dafür muss Zeit sein. Ja. Ist dir zu hier? Wie viel waren das? 250 wieder, ne? Scheiße. Ja, toll. Das wird ja immer komplizierter hier. Ja, auf die Kiste. Komm. Wow. Oh, Mann. Jetzt kann ich hier hochmarschieren. Oh, Freunde. In der Ego-Perspektive gar nicht so einfach. Äh. Hier ist Endstation. Ah, ne. Hier. Ah, scheiße. Das kann ich auch noch balancieren in der Ego-Perspektive. Nein. Ja, wo bin ich denn jetzt ganz runtergeweilt? Bin ich denn jetzt gelandet? Hallo. Achso. Achso. Zack. 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 Ich hab Zack gesagt, da musst du auch da hoch. So. Äh. Achso. Ich bin so dämlich. Komm ich nicht hoch? Hä? Willst du mir jetzt verarschen? Oh, ey. Was ist das für eine Mission? Ah, ich weiß, wo ich hoch kann. So. Das ist das olle Buch oder was auch immer. Die Bibel. Nein. Haben die noch gar nicht gelesen. Ich wollte jetzt ein schönes Hörbuch davon aufnehmen und verkaufen. Na toll. Okay. Das wär's. Schöne Mission gewesen. Hat richtig Spaß gemacht. Tja. Tut mir leid, Fave, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht hab. Okay, dann wär's das für dieses Video. Und dann werden wir erstmal gekidnappt. Dem nächsten. Bis dann, RdLP.